Oh yeah, Elektro-Schlott! Und der Torben hat so ein paar von meinen älteren Teardowns gesehen, Notebook und so ein Kram und hat geschrieben in den Kommentaren, dass er wahnsinnig gerne mal einen Teardown sehen würde von einer Floppy und von einem CD-ROM. Ich vermute mal, der junge Mann hat noch nie in seinem Leben eine Floppy benutzt, durchaus denkbar. Ja, was würde ich anderes machen, als mich an dieser Stelle den Wünschen zu beugen? Ich habe hier also diese Floppy, ich habe meine Festplatte als Bonus und ich habe einen CD-ROM. Alle aus meiner Kiste zum Ausschlachten. Und ich würde sagen, die nehmen wir jetzt einfach mal auseinander und gucken, was da drin ist. Da kann ja Torben noch was lernen und so manche andere von euch bestimmt auch. Na, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier für euch tun können. Also, das hier ist ein Floppy-Law-Werk für 3,5-Zoll-Disketten. Und nicht irgendwie bloß irgendeins, sondern das kommt tatsächlich aus einem Server. Ist also ein Slimline-Laufwerk, bestimmt irgendwie auch was ganz Tolles oder so. Ich habe tatsächlich im ganzen Haus keine einzige Diskette mehr gefunden. Ich hätte jetzt sonst gezeigt, wenn man die hier reinsteckt, also hier, geht in die Klappe rein, um die mal um so auszuwerfen, da das Knöpfchen drückt, aber hey. Was soll ich sagen, so ein alter Kram ist bei uns nicht mehr da. Da bleibt also nur öffnen. Gut, jetzt habe ich aus Versehen mal den Vorderteil abgerissen. Könnt ihr schon mal reinschauen in so eine Floppy. So sieht das von innen aus. Was übrigens hier an der Rückseite auffällt, die Floppy hat hier putzige kleine Testpunkte, mit denen wahrscheinlich im Werk, nehme ich mal an, so Pogo-Pins runtergekommen sind, da drauf, Testprogramm gefahren, geschaut, ob es in Ordnung ist. Kann ich natürlich lange an dem Ding rumdenken, wenn hier noch eine Schraube ist. Unglaublich, dass ich noch drauf reinfalle, dass diese Paner ihre Schrauben unter den Aufklärern verstecken. So. Jetzt haben wir die Floppy von innen in all ihrer mechanischen Schönheit. Kann man ja mal eben zeigen. Das hier ist der Schreiblesekopf. Also diese 3,5 Zoll Disketten, das sind ja, ich kenne die bestimmt noch, diese Plastikdinger mit dem Schieber. Die hat man hier vorne rein geschoben, dann ist hier unten durch so eine Mechanik der Schieber aufgegangen und der Schreiblesekopf hier genau genommen, die beiden, das sind nämlich zwei einer oben und unten, falls ihr es hier sehen könnt, ja, haben sich dann die Diskette geschnappt und dieser Motor hier, schauen wir mal, ob man schon abziehen können. Dieser Motor hier hat dann die Diskette gedreht, ganz doll schnell. Und, na ich reiß den einfach mal auf. Und dann konnten also Daten gelesen werden. Was hier ganz interessant ist, also so einen habe ich noch nicht gesehen bei so einem Slimline-Laufwerk. Also das ist wirklich ein unheimlich flacher Motor. Also das ist ein BDLC, also so ein Brushless DC-Motor, wie man es auch aus Festplatten kennt. Da sehen wir nachher mal einen etwas größeren. Aber in der Flachheit hier ungewöhnlich. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier an der Mechanik noch ein bisschen was auseinanderfrickeln können. Jetzt habe ich hier die obere Mechanik ab. Was man hier sieht, das ist die Mechanik, die für den Auswurf auch zuständig war. Ich schau mal, ob ich hier das irgendwie in Auslösung bringen kann. Wenn man also die Diskette reingeschoben hat, ist der Hebel hier nach unten gegangen. Schwupp. Das war noch nicht alles, was da passiert ist. Ah, hier ist noch so ein zweites Ding. Und jetzt ist gewissermaßen der Disk drin. Sieht man hier auch so ein gewisser Abstand zwischen den Dingern? Jetzt müsste eigentlich... Ach, ich bin kein guter Disketten-Simulator irgendwie. So, was man da drauf gedruckt hat, wird es ausgelöst früher. Aber Federn, immer aufheben. Federn sind cool. Und so sieht die Elektronik von den Dingen aus. Bei einem normalen Disketten-Lorfwerk war das auch alles noch ein bisschen weniger kompakt. Also die hatten dann immer eine Platin unten, eigentlich wie hier die Festplatte. Aber eben dieses Slimline-Lorfwerk hier ist sehr, sehr kompakt gemacht. Man sieht hier oben, ich nehme mal an, die hier sind die Fühler, die diesen Schreibschutzschalter tatsächlich erkannt haben. Interessanterweise auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob es Disketten gibt, wo der auf der anderen Seite ist. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Dann haben wir hier unten den Schreiblesekopf. Und der Schreiblesekopf, der sitzt auf so einem kleinen Schlitten, der von der Spindel hier angetrieben wird. Das heißt, wir haben hier so einen kleinen Motor drin. Und der Motor, der dreht die Spindel. Und wenn die Spindel sich dreht, das kriege ich jetzt nicht vernünftig simuliert, dann geht der Schreiblesekopf nach vorne und nach hinten und sucht sich die entsprechenden Sektoren auf der Diskette raus. Tja, im Grunde genommen genau dasselbe Patent wie bei den großen Laufwerken, nur ein bisschen kompakter. Ich baue jetzt nochmal den Schreiblesekopf auseinander. Das ist Torx. Jetzt sieht man hier auch mal die Schreibleseköpfe. Falls jemand schon mal so einen Kassettenkopf gesehen hat, die sehen ganz ähnlich aus. Die haben hier so einen Schlitz, wo gewissermaßen die Magnetinformation ausgelesen wird. Dahinter ist im Grunde genommen eine Spule. Ja, sowas ist das. Jetzt ist es nur noch Müll. Was hier allerdings noch ganz gut ausbaubar und weiterverwendbar ist, ist der Motor. Den werde ich mir auch auf jeden Fall wieder retten. Ansonsten... Pfff... Ne... Zeit... Kräppeln. Aber, so sieht so eine alte Floppy von innen aus. Habt ihr jetzt auch mal gesehen. Hier der zweite Teil aus der Reihe Sachen, die ziemlich klassisch sind und die man heutzutage nicht mehr unbedingt in der Form verbaut hat. Hier haben wir ein DVD-ROM-Laufwerk. Kein Brenner. Kein Blu-Ray. Ein DVD-ROM-Laufwerk. Gutes als CDE-Teil. Also das ist das, was man so vor SATA hatte. Außer wenn man das Gazi reingeschraubt hat. Normale 5,25 Zoll, volle Bauhöhe, was man da hat. Nicht halbe Bauhöhe, aber halt volle für das, was man so heutzutage kennt. Ja, ich hatte früher noch eine Festplatte in voller Bauhöhe, da würden die heutigen Jugendlichter aber mal schauen. Verdammt, da ist noch Garantie drauf, ich fürchte. Das war's mit der Garantie. Dann noch ein bisschen Gewalt und dann geht's ab. Das hier ist die Abdeckung der Schublade. So sieht's jetzt von vorn aus. Das ist die Blende und beides. Jawohl. Da sieht man dann die etwas bessere Qualität, wie sie in den Servern verbaut wird. Solche Sachen wie hier so ein Staubschutz-Schaumgummiring ist eigentlich nicht üblich bei normalen Consumer-Laufwerken. Wir sehen hier das Kabel, das zum Motor geht. Das werde ich hier mal kurz abmachen. Zapp, zapp. Den Motor werden wir uns nachher rausschrauben. Der ist natürlich aufhebbar. Was man hier jetzt sieht, es ist auf den Dinger damals echt viel Elektronik drauf gewesen. Ich glaub, da sind heutzutage echt kleine Chips drauf. Allerdings nicht wirklich sehr sehr alt, weil das Hühnerfutter hier drauf ist schon echt mickrig. Es sind hier so 0402 Teile drauf. Das ist schon kleines SMD. Gut. Freundlicherweise haben die Leute bei Sony sich hier gedacht, dass es möglich sein sollte, dass man die Platine einfach rausklepst und rausnimmt. Da unten ist noch so eine blöde Flatflex-Verbindung für den zweiten Motor. Schreiblesekopf. Da ist noch eine Flatflex-Verbindung für den Schreiblesekopf. Und hier haben wir noch eine Verbindung zur vorderen Platine. Die mache ich jetzt gar nicht erst ab, sondern die hebe ich hier einfach auch raus. Und dann können wir die beiden Platinen wahrscheinlich einfach miteinander rausnehmen und uns mal die Platine anschauen. Was haben wir hier? Nicht sehr viel. Wir haben hier einen Baustein Elite MT. Irgendwas interessanterweise mit der Aufschrift 100 MHz. Ich habe keine Ahnung, wofür der gut sein könnte. Aber durch die Nähe zum IDE-Stecker tippe ich mal drauf, dass es irgendwas mit dem IDE-Controller zu tun hat. Ja gut, hier ist halt dieser ganze IDE-Stecker-Kram. Ein paar Kondensatoren. Sind auch alle noch gut, so wie es aussieht. Und auf der anderen Seite ist dann der eigentliche Controller-Teil für das Laufwerk. Nichts Besonderes, halt so ein bisschen Kontrollerelektronik. Auf der Seite hier ganz nett und ganz praktisch. Und auch eigentlich auslötwürdig im Grunde genommen. Gleichstrommotor. Hat den Vorteil, dass man keine Verrücktheiten machen muss mit irgendwie drei phasenversetzten Dingern und so. Wie bei einem BLDC. Ein SMD-Taster, na gut, von denen habe ich genug. Den werde ich mir wahrscheinlich nicht auslöten. Und hier vorne. Das müsste, wer mich nicht alles täuscht, der Schalter sein, der erkennt, ob die Lade offen ist oder zu. Der ist ganz cool. Das ist nämlich ein Umschalter, der in zwei Richtungen geht. Und den werde ich mir wahrscheinlich auslöten. Gut. Da ich allerdings nur von der Seite von Bord was haben will, trenne ich das mal hardcore ab. Und diesen Teil von Bord hier abimmüllt. Das Laufwerk an sich. Hier haben wir jetzt schon deutlich mehr Plastik. Schauen wir mal, ob es noch Schrauben gibt, die wir direkt lösen müssen. Sieht nicht so aus. Hier sind auch keine mehr drunter. Hier auch nicht. Jetzt müssen wir also mal schauen, wie wir hier weiterkommen in der Demontage. Wir wollen es ja nicht aufheben. Wir haben hier die Schublade für das DVD-ROM. Mal gucken, die ist gerade verwiegelt. Ich sehe gar nicht die Mechanik, wo ich es entriegeln könnte. Das ist die Schublade. Die nehmen wir raus. Schublade ist raus. Hier haben wir jetzt den Motor, der die Disc antreibt. Das ist so ein kleiner Brushless DC-Motor wieder, wie wir es vorhin auch schon bei der Floppy hatten. Dann haben wir hier den eigentlichen Schreiblesekopf. Und diesen sehr interessanten Teil, den holen wir uns jetzt mal gleich raus. Er ist hier auf fürchterlich glibberigen Stangen gelagert. Die sind natürlich geschmiert. Und so sieht dieser Schreiblesekopf aus. Das hier ist wohlgemerkt nicht die Laser-LED, sondern das ist eine Linse, wo die Laser-LED dahinter sitzt. Ich entferne hier mal die überflüssigen Kabel. Dann schauen wir mal, ob ich es finde, damit ich es euch zeigen kann. Das ist noch alles ein bisschen verdengelt. Das muss ich gleich noch ein bisschen auseinander schrauben. Dann zeige ich euch mal von innen, wie das hier aussieht. Anders als so manches andere solche Teil, das ich bisher hatte, sperrt sich das Sony-Ding ziemlich gut gegen Auseinander schrauben. Mit Sicherheit, Schrauben und jeder Menge hier Kleber-Kipp-Ding, was weiß ich. Aber das hält uns ganz sicher nicht davon ab, mal in diese Schreiblese-Assemblier reinzugucken. Beziehungsweise hier ist es ja nur ein Lesekopf, ist ja kein Brenner. Tadaaa! Mit einem Schraubenzieher kriegt man alles auf. Das hier ist jetzt tatsächlich alles nur noch Müll, das ist einfach nur Plaste. Und ich habe gelogen, weil hier ist tatsächlich nur noch die Linse. Irgendwo im vermeintlichen Müll findet sich unser Laser. Na wo ist er dann? Hier ist er, wo ich die Kabel abgerissen habe. Das blöde ist bloß, da sind mit schlonze gesicherte Schrauben drauf, die extrem fest sind, die kriege ich jetzt nicht raus. Wir schauen, ob noch ein bisschen was mit Gewalt geht. Irgendwas geht immer. Süßer kleiner Chip, der da drin gesteckt hat. Jetzt kann man hier drin so ein bisschen was von dem Laser-Zeug sehen. Der Chip war wahrscheinlich gerade der Detektor, der Laser-Detektor, der den Laser-Strahl zurückbekommt und dann sieht, was ein Signal da ist. Die Laser-Diode steckt hier drin, aber Entschuldigung, kriege ich jetzt nicht raus. Egal. Stellt euch einfach ein Teil vor, das so aussieht wie... Ja. Ich habe sowas schon öfter mal gemacht. Ja, so sehen die Dinger aus. Ja. Stellt euch vor, ich hätte das da rausgebaut, dann wäre das so gewesen. Ja, wir haben noch ein bisschen Mechanik. Und zwar der hochgeschätzte Motorenkram. Ja, das hier ist also dieser bürstenlose Gleichstrommotor, dieser BLDC, der die Scheibe da antreibt. Ist im Grunde genommen der gleiche Motortyp, den ihr auch in euren Quadcoptern findet, wenn ihr welche habt. Und der Paul, der hat dazu schon einiges geschrieben. Schaut mal bei ihm im Channel. Der hier, der hört sich nicht gesund an, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, das Laufwerk hat schon vorher nicht mehr so funktioniert. Aber, wenn ihr euch den hier mal anschaut, das ist die normale Dicke von so einem Ding. Und das hier ist nochmal der aus der Floppy von vorhin. Da seht ihr schon, das Ding aus der Floppy, das ist schon ein bisschen was Speziales. Und weil natürlich auch hier der Schreibbläsekopf irgendwie in Bewegung versetzt werden musste, ist auch hier so ein Motor mit so einem Schneckengewinde drin. Und auch den hole ich mir wieder raus. Von denen habe ich jetzt schon einige gesammelt. Und nein, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich damit anfangen will. Aber ich bringe es nicht über mich, funktionierende Motoren mit so einem schönen Gewinde wegzuschmeißen. Vielleicht fällt mir irgendwann mal was dafür ein. Oder euch. Könnt ihr mir schreiben in den Kommentaren unten. Die restliche Mechanik ist genau das. Ein bisschen Plastik, ein bisschen Metall. Das ist weder interessant noch lohnt sich da irgendwas auszubauen. Deswegen schmeiße ich es einfach weg. So meine Damen und Herren, willkommen in der relativen Computer Neuzeit. Eine Festplatte. Relative Computer Neuzeit deswegen, weil es die Barracuda 7000er Serie noch gibt. Aber nicht mehr mit 80 GB. Das wird nicht mehr gebaut. Anschluss. Sieht für mich nach SATA aus. Und zwar deswegen, weil es SATA ist. Kommt auch aus einem Server. Aber heutzutage, puh ne, ein bisschen klein. Elektronik der Platte sieht man hier unten. Schrauben auf der Platte hier sind wie üblich Torx in diesem Fall Achter. Die letzte Schraube, damit sie es auch ganz sicher merken, wenn ihr die Warentät voidiert habt. Also ich würde sagen, bei der Platte ist die garantiert jetzt im Eimer. Und so sieht das Schätzchen von innen aus. Zum Aufbau. Das hier ist der Plattenstapel. Besteht normalerweise aus mehreren Platten. Ich hatte schon bis zu vier, glaube ich, ja. Das Klient, ich auseinander gebaut habe. Und der dreht sich. Und während der sich dreht, bewegt sich der Arm hier. Mal schauen, ob ich ihn hier in Bewegung versetzen kann. Das ist immer ein bisschen problematisch, weil da sehr starke Magneten drin sind. Und der hier auch gerade gepackt ist. Ja, hier. Und dann sieht man also, der Arm hier, der kann sich frei bewegen. Und während hier also gewissermaßen die Spuren drunter langziehen, bewegt sich das Ding und liest dann die einzelnen Sektoren aus. Sehr, sehr leichtes, kleines Teil. Weil ich bring's ja mal ran. Also der Schalbläsekopf ist wirklich ein winziges Ding. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Assembly hier rausführen. Da ist rausgeschlaubt. Angesicht der Tatsache, dass es die Seagate Barracuda 7200 noch gibt und ich welche davon habe, und ich so eine Platine noch nicht habe, werde ich mir die tatsächlich beiseite legen. Fürs Archiv. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Machen wir erstmal den Plattenstapel raus. Hoppala. Wow, kaputt gedreht. Das ist so ein Problem mit dem Bosch XO hier. Wenn man den in der Hand hat und damit schraubt, kann es einem leicht passieren, dass man hier mit dem Finger auf den Knopf kommt. Und schon ist das Ding im Rechtsgang. Und man wundert sich, warum die Schraube nicht lose wird. Und dann abgeht der. Kein Wunder, wenn man sie festdreht, statt sie rauszuziehen. Sagt einiges über das Drehmoment von dem kleinen Teil hier aus, dass der einen Schraubenkopf schlicht und einfach abgemacht hat. Schraubenkopf ab. Mal die Platte raus, so sieht es so aus. Ich nehme mal die saubere Seite. Die sind echt hübsch. Das ist ein ganz abgedrehtes Material. Das ist ziemlich leicht, aber es fühlt sich irgendwie trotzdem metallisch an. Also keine Ahnung was es ist, aber es ist hübsch. Der Motor. Der geht hier mal aus. Das ist sehr schön raus. Das ist eben auch so ein Brushless DC Motor. 7200 Umdrehungen. Da kann man ganz hübsche Sachen mit machen. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, was ich damit machen will. Aber die Motoren, die hebe ich mir auch immer auf, sind auch cool. Geht ihr das? Geht ganz zart raus. Das liegt daran, dass da Magneten drin sind. Also erstmal hier der Schreiblesekopf an sich. Ich habe mir jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Aber so sieht so ein Biest aus. Normalerweise hier vorne nicht verbogen. Naja, das ist ein müdebild. Das hier, das sind richtig knackige Magneten. Ich muss mir nachher überlegen, wie ich das hier mal wieder rausgestemmt bekomme. Das ist leider nicht ganz so einfach. Aber ich kann euch mal zeigen. Ich habe ein paar von denen. Ja, solche, die habe ich da schon mal. Das sind welche, die habe ich schon aus Platten rausmontiert. Die haben richtig Power. Also die haben richtig Power. Hier unten drin ist auch noch einer. Der ist noch mit einem Schräubelchen gesichert. Ja, und ist nicht ganz trivial rauszubekommen, weil... Der ist ja magnetisch. Zap. Ja, das ist der zweite. Und die beiden Kameraden, die muss ich nachher auch irgendwie... Keine Ahnung, vielleicht... Muss ich mal schauen, wie... Komm schon, du kleinen Mistsau. Ah, Magnet! Was übrig bleibt, ist Alu-Druckguss. Das Festplattengehäuse gewissermaßen an sich. Das ist jetzt allerdings auch nur noch Altmetall, wenn auch recht hübsch ist. Ja, Kinders, das war es auch schon. Gesamtbeute. Dieser Motor. Und noch ein Motor. Und noch ein Motor. Ein weiterer Motor. Eine Scheibe. Ah, cool. Und zwei Festplattenmagneten. Das ist als nächstes. Torben, ich hoffe, das war ungefähr das, was du dir an Folge gewünscht hast. Nächstes Mal, wenn hier der Elektro-Shot vor sich hin stottet, dann gibt es wieder Bastelei. Ich verspreche es, weil ich glaube, die Chips aus China, die liegen schon im Büro, aber jetzt Wochenende und bis da. Ich hoffe, dass ich bis zum nächsten Wochenende was auf die Reihe kriege und tschüssing. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.